Es werde Licht. Das ist zumindest der erste Eindruck im neuen Ternels. Das Interieur ist heller geworden, doch das ist nicht das einzig Neue im Gastronomiebetrieb von Marc Bonton. Also das Konzept basiert auf drei Pfeilern. Wir wollten regional, zuerst mal, nachhaltig und fair arbeiten. Das waren die drei Pfeilern, worauf wir eigentlich die ganze Philosophie aufgebaut haben. Ja, was wir erwarten ist eigentlich, wir haben versucht, den Charakter von Ternel zu behalten, Infrastruktur und so weiter, aber auch uns zu integrieren in dieser Natur, im Naturzentrum Ternel. Das heißt, hier werden auch Symbiosen geschaffen mit ihnen und so weiter. Also wir sind mitten im Wald und dementsprechend wird nicht nur der Raum sein, sondern auch die Küche. Eine Pilzsuppe nach einer geführten Pilzwanderung, das wäre doch was, erklärt Marc Bonton. Die Voraussetzungen für das Geschäftsmodell seien jedenfalls gut. Das Wunderschöne, das Wunderbare ist die Tatsache, dass wir hier alles haben finden können für ein Restaurant. Wir haben in der deutschsprachigen Gemeinschaft alles, was man braucht, um ein Restaurant zu führen. Fleisch, Fisch, Brot, Käse, sämtliche Alkohole sogar. Okay, wir haben keinen Wein in der Gegend, aber man kann auch mit Bio-Weinen arbeiten. Aber wir haben alles finden können, was ein Restaurant nötig hat und das in einem Umkreis von grob gesehen 20 Kilometer. Also alle Lieferanten hier, und das wird ja auf den Tischen auch immer wieder erklärt, wer mit uns arbeitet. Heißt aber auch, dass wenn Sie den Käse jetzt von der Göltakäserei sehr lecker finden am Tisch, dann ist der auch in unserem Shop zu kaufen. Wir haben da hinten ein kleines Schüppchen. Was für Gäste aus der Ferne eine Entdeckung sein kann, muss die Einheimischen nicht langweilen. Man habe genug Ideen zur Kundenbindung. Versuchen, so vielfältig wie möglich zu sein. Es gibt, wie gesagt, wo wir die Kultur auch leben lassen. Hier stellen schon Leute aus, das ist jetzt schon der Fall. Wir werden ein Bier des Monats haben, gebraut in Deidenberg, von zwei Jungs, die das leidenschaftlich gerne machen und die uns jeden Monat ein anderes Bier hier bringen werden. Wir haben auch schon die Idee, einen Bierclub zu gründen, also wer interessiert ist, und Ende des Jahres das Bier des Jahres dann zu kühren. Angeboten wird Frühstück ab 9 Uhr. Hier kann das eigens fürs Ternels gebackene Brot probiert werden. Ob kulinarisch oder musikalisch, im Ternels soll es gesellig zugehen. Dafür wird auf ein Angebot gezielt verzichtet, und zwar freies Internet. Dahinter steckt natürlich auch die Idee, wenn du hier bist, willst du deine Ruhe haben, die kriegst du auch, weder Netz noch Wi-Fi. Also hier im Hause gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, mit seinem Nachbarn zu reden. Gestemmt hat Marc Bonton das Projekt nicht alleine. Geschäftspartnerin ist Uta Schobben. Die Arbeitsaufteilungen sieht folgendermaßen aus. Der Bruder macht die Küche, er leitet die ganze Küche, macht auch die Bestellungen, alles in Eigeninitiative, und ich mache den Service hinter der Theke. Zusätzlich zur Bedienung haben wir noch meine Tochter Selin. So haben wir uns das gedacht. Und für alle weiteren, die wir in Zukunft einstellen werden, zählt natürlich, dass sie die Idee mitbringen, wie wir arbeiten, unser Konzept verfolgen und das Projekt, und dass wir dann so zusammen mit einem Team gemeinsam aufbauen können. Im Winter öffnet das Tenels mittwochs bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Bei Schnee wird durchgehend geöffnet. Bei Bedarf kann das Tagesgeschäft auf den Abend erweitert werden.